hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren stream oder eher gesagt dieses mal einen neuen stream von tag team fighters oder umgangssprachlich ausgedrückt tft genau ja so 0 p eisen 2 ok eine neue runde profil ihrer stufe 2 eisen ok eisen 2 ist die niedrigste und da hat er abgelehnt egal genau ihr seht das noch aber genau jetzt seht ihr genau das gleiche was ich dann auch sehe mal schauen wie es diese runde läuft ich habe schon in freien spielen einmal die zweiten plätze erreicht aber es war auch dann nicht gerade gegen gute spieler oder ich hatte einfach nur pures glück aber ansonsten wenn ihr live dabei seid ganz genau tipps und tricks mir ganz gerne schreiben ansonsten und falls ihr es auf youtube seht ganz gerne tipps und tricks ganz gerne in die kommentare mich das hat sie festen bald oder nicht immer die unsterbliche bastion nein es wird werkstatt ok 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 leer um raufbeut schade nur das bekommen Ah, ne, da habe ich leider nichts. Ja, mal gucken. Okay, aber es sind... Aua. Ja, man kriegt auch, wenn man den Kampf nicht gewinnt, also auch Schaden. Gut. Äh, ne. Hm, ne. Gut. Ich werde immer noch zwei von drei. Aber... Ich habe wenigstens... Oh, genau. Das schon zusammen. Sorry. Okay. Dein Taktiker ist klein und schnell und nach jeder gewährt dir pro Runde zwei Gold. Dein ist... Nee. Kampfbrücke erhalten ohne Ansatz erhalten 30% Angriffsschaden und... Ne, ich nehme erstmal den winzigen Titan. Äh, du bist ein Taktiker... Aber... Äh, ich habe nichts was Passendes. Hm, ne. Aber sicherheitshalber erstmal rein. Weil... Hm... Den gebe ich nochmal Angriffsgeschwindigkeit. Hm... Okay, da wurde ich jetzt zu schnell überrannt. Okay. Der hatte auch... Der hatte auch... Der hat auch seinen gesamten Goldvorrat ausgegeben... Um halt... Die zu bekommen. Aber ich versuche mein Gold halt... Äh... Ein bisschen aufzusparen. Weil... Wer auch sparsam ist... Kann auch am Ende... Ziemlich viel... Ähm... Gold ja dann in Level investieren. Und... Ja. Super. Ne, das war zu schlecht. Aua. Ja. 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 Ja, die sind auch schon... Der ist glaube bei dem Gegner... Ja, auch in Stufe 2 ja schon. Ich kämpfe mich hier noch... Äh... Nur mit Level 1 an durch. Aaaaaber... Die Kategorie ist ja auch... Auch nicht gerade... Einer der Mech... Äh... 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 Der... Seltenen, weil es gibt... Oh doch, es gibt schon einige... Aber... Ich hoffe einfach... Mal... Das... Die... Äh... Dass der Fisch... Wenn der Mittel... Auch... Gut Schaden machen kann... Ach... Ne... Das... War nichts... Aber... Äh... 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 Hätte ich mir einen besseren schnappen können... Der Leere in sich trägt... Äh... Nein... Äh... Ne... Äh... Was macht der Angriff... Okay... Dreiunddreißig... Das ist schon mal gut... Das ist schon mal gut... Uh... Verdammt... Na... 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 Klasse... Naja... Das wusste ich, dass ich das schon wieder... Verniere... Aber... Arsch... Nur noch bei 80 Punkten... Nichts... Ah... Okay... Da hab ich noch einen... So... Oder packe ich... Ne... Du bist... Bastion... Okay... Damit kann ich... Äh... 41... Also... Nochmal... Vier Gold... Ja... Ähm... So... Ah... Der hat... Mit Leere... Das in Kombination... Gemacht... Damit er den auch behalten kann... Ah... Okay... Ja... Oh... Gott sei Dank... Der Gegner... Ja... So... Ne... Du bist Bastion... Du hast aber keine Leere... Nein... Nein... Äh... 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 So... Damit hab ich wieder... 40... Ja... Äh... Okay... Er... Oh... Okay... Ähh... Ähh... Okay... Er... Tschüss... Ah, ne, ne, Kampfweste, Kampfweste, okay, dann kriegt der ne Kampfweste und Angriffsschaden und du bist auch vorn, also kriegst du auch ne Kampfweste. Hm, was hab ich denn bei dir gerade draus gemacht, okay, hm, 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 Ah, klasse, ah, super, ey, das werde ich wieder verlieren, gibt Mauer 75, hm, nein, es werden vier, hm, hm, Nee, da muss ich ja das erste nehmen, weil der Rest ist ja, ähm, okay, dann, ich vermische die Dunkelheit der Leere. So, und bei dir muss ich das so machen. Okay, 66. Ich muss bis zum Kreisel, oh, das ist es ja gleich. Nee, dann behalte ich das Gold noch, weil wenn das der Kreis ist, den ich hoffe, dann bekomme ich hoffentlich auch das, was eh ich. Aber, au, erst mal noch ein Kampf, okay. Okay, okay, das war's. Ouch. Hm. Ja. 94 nach klasse na klasse nimm den lilanen der kann mich schade du bist nicht in stufe 2 da in stufe 2 endlich so so ok ich räuchte den boah der hat ein anderes Spiel drauf aua ja ok die kombination ist gemein aber gut zu wissen endlich kann ich den auch zu stufe 2 machen machen oh Mist oh verdammt 2 überblättert da endlich gleich auch eine stufe 2 mhm da das ist noch eine stufe 1 ach du heiliger 4 4 niederlagen na bekomme ich jetzt die fünfte ja aua aua ok ja das war noch eine stufe 1 unser na klasse mhm ich vermische die dunkelheit der leber nexus ich vermische die dunkelheit der leber ja so mhm ok was habe ich gürte des lebens aaa ok aber ich habe ich habe ich ich habe ich ja ja mhm oh ok ok ah ich habe auch ne ich gewinne nicht schade irgendwas mache ich falsch mhm aua pfff 33 nur noch wuh ähm ja wenigstens das mhm ne ne oh verdammt da war die leere mhm 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 die ich nicht gebraucht habe verdammt verdammt oooohh ja ja das kann ich dazu wirklich nicht sagen bei mir ok ja der hat schon das biest mhm ja der hat schon das biest weil er hat genau schon die epische die ich gerade überblättert habe verdammt 21 nur noch ok ja karussell genau ok ja da oh verdammt ah ok mhm ja da oh verdammt oooohh gott ruhige dich ganz ruhig ganz ruhig soo soo na klasse na klasse aua nur noch 7 oh backe das verliere ich aber locker 8er Platz na klasse ja ok man merkt die gegner wissen was sie tun mhm mhm aaa verdammt ja jetzt zu spät na klasse aber den kann ich mir noch krallen ja der ist wenigstens ein mal zu was nütze äh der kann mir meinen raufbold auf 3 lange mal packen na klasse mhm also kann der wieder weg aaa ok da mhm jetzt nicht aufs gold achten weil das könnte meine letzte weil das könnte meine letzte oder ja gesagt das wird meine letzte runde öh da war ah ja einer wieder mhm mhm ja jetzt habe ich hier du bist auch stufe 2 du bist stufe 2 würde ich ne das überlebe ich leider nicht mehr mhm ok jup minus 5 ok neue runde neues glück würde ich sagen mhm 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 aus mhm n Das gefällt mir am besten. Achso, ich sollte ja auch mal... Ich sollte ja auch mal mit Schwinden drücken. Okay... So... Okay... Mal gucken... Okay... Klasse... Oh, der Chaosgeschäft sieht nicht schlecht aus. Okay... Mit Schützen bin ich auch sehr weit gekommen. Ach, probier ich diese Runde mit Schützen. Da ist das Zweitattribut besser als... Aha... Aber da gibt es auch so wenig von... Ach, probier ich schlechter aus. Muss ich aber wirklich mit hoher Kraft... Hm... Weiß es nicht... Mal schauen... Das wird... Okay... Was das mit den Symbolen zu tun hat, weiß ich auch nicht. Falls ihr es mal wisst... Könnt ihr es mir in meinem Live-Chat dabei... Schreiben... Oder... Falls ihr es auf YouTube seht... Ganz gerne mal in die... Kommentare... So... So... Da habe ich nur Geld gekriegt... Und... Da habe ich Angriffsgeschwindigkeit gekriegt... Hm... Du bist ein schlechter... Herausforderer... Herausforderer... Nee... Ach, du hast doch eine... Äh... Ja... Okay... Mit 22... Äh... Ja, ich kriege Schaden... Jupp... Okay... Äh... Bestie... Anrufer... Okay... Du bist gleich in Stufe 2... Nee... Das ist Bastion... Anrufer... Ah, okay. So. Ja. Deine Taktiker hält umdrein. So. Du hättest 10% mehr Erfahrung. Du kannst den nächsten Zürich durchführen. Und danach erhältst du 18 Gold. Okay. Ich weiß, das war zwar die schlechteste Entscheidung, aber für 18 Gold. Ich dürfte hier nicht hoffentlich so viel Leben verlieren. Ach, okay. 88. Wenn ich schon bin, dürfte ich ja eh das beim Karussell ja dann richtig was raussuchen. So, so schlecht war war zwar meine Entscheidung, aber irgendwo habe ich dann später auch einen Vorteil. mhm. Ah, okay. Das machen die Symbolik. Okay. Okay. Na, das war Runde Nummer 2. Ach, da. Ich kriege ja immerhin Gold. Ich bin halt Stufe 4, kann aber im Moment nichts machen. Das ist... Muss ich jetzt... Ja, ich muss jetzt noch einmal kämpfen und dann gibt's das Karussell. Ja, mit 80 Leben bin ich auf jeden Fall der Niedrigste und damit kann ich mir als erstes was raussuchen. Das ist das Gute. Oh, da hat auch jemand abwesend genommen. Aber der hatte schon ein besseres Team als ich. Ja. So. Jetzt kommt das Karussell. So. Ich suche einen Schützen. Anführer, Anführer, Meisterschütze, schlechter, aber den habe ich doch schon. Schütze. Oh, da gab es noch nie. Nee. Ok. Ja, Lerabey jetzt. Es ist spät. Ähm, Meister. Hier habe ich einen Schlechter. Ähm. Da. Da ist noch ein Schlechter. Schlechter. Rausspolt. Schatten. Ja. Hm. Ok. Hm. Ok. So Ja, es ist ja auch der Ist ja auch Selbst nochmal Drinne Schütze Nein Meister Schütze Bastion Führer Verdammt, ich hab den Ah, den Bonus wieder verpasst Verdammt Ah Okay, das war's Aua Jep Diese Runde läuft richtig schlecht Okay Okay Ah Schurke Ziaun Haufbold Tegel Tegel Nein Tegel Tegel Dann bin ich ja damit ja komplett aufgeschmissen. Okay. Damit weiß ich, dass Schlechte das Schlechteste sind. Okay. Das heißt, nächste Runde gibt es was Besseres. Achso, der kommt ja eigentlich nach hinten. Ach, egal. Ja, mach mich ruhig glatt. Das habe ich diese Runde, aber ich habe es gerade dient. Da kann ich einfach aufgeben. Aufgeben da. Ja. Alter. Bringt mir nichts. Also, dieses Röntgen war totaler Bockmist. Aber aus Fehlern lernt man. Und mehr kann ich dafür ja dann auch nicht gerade sagen. Das sind Röntgen. Amen. Ich bin nur für Sie. Wenn ich mit cornstuflich nicht auf da. Aber das ist jedenfalls einfach 있어. Das ist nur für Sie. Ich bin nur für Sie. Ja, ich bin ja wirklich. Ich bin nur für Sie. Ich bin nur für Sie. Das ist natürlich einfach los жизни. Okay. Oh, no. Ah, das ist ein magischer. Okay. Ich probiere es jetzt mal mit drauf, Bold. Hm, du bist kein Raufbeut. Du aber schon. Hm, nee, du kommst weg. Hm, ja, maximal Leben. Okay. Hm, ist da wenigstens ein Raufbeut dabei? Hm, nee. Also, von euch verabschiede ich mich. Hm. Angriff und... So. Stellt zusätzliches 5 Mana wieder her. So. Ja. Gut. Was bekomme ich? Den Stoffwechsel. Äh, Wappen. Du erhältst... ...deine Einheiten. Okay. Das ist... ...was ich bräuchte. Bastion. Nein. Das ist mir gerade egal. Äh, mehr darf ich nicht. Schlechte Schurke. Anrufer. Äh, okay. Ja, der hat 3, jup. Oh, der spielt mit Taktika. Alles klar. Äh. Leer oder In... ...Nishurima? Schurima, du könntest... Halte deine Feinde nahe bei dir. Hm. Oh Gott. Ja. 3 Schaden. Okay. Rauch. Sie werden Schmerzen kennenlernen, die sie sich nie hätten vorstellt können. Äh, du gehörst nach vorne. Du gehörst nach vorne und du gehörst in die hinteren Reihen. Hm. Okay. Hm. Ah, da. Ich werde die Reine gestatten, aber vor. Okay. Okay. Nexos. Schlechternei. Okay. Okay. Sooo... Bastion, Lehrer... Erstmal die beiden rein... Die Welt ist versehrt und lehnt sich der Heilung. Okay... Was machen die? Wir stellen alle vier Sekunden und Fünfte wieder her. Nach acht Sekunden steigen. Wir erhalten 30% maximales Leben. Okay, das ist schon mal eine gute Eigenschaft mit Haufbeut zusammen. Okay... Gucken... Nein... 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 Mit den restlichen beiden hätte ich nichts anfangen können. Aber dich kann ich eh... Ähm... Ja... Raufbeuten... Genau... Siaun... Nee... Schima suche ich... Schima gibt es... Sechs... Ne... Acht... Zuna... Nexus... Zuna... 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 Ah, du bist ein Raufbord. Okay. So. So. Leer. Die Bospen. Leerer Zaubermeister. Wo gehst du hin? Mehr nicht Front. Okay. Zweimal den. Gehen. War. So. Oh. Sauber Schild. Okay. Okay. Du bist ein Schurko-Nexus. Du bist Leerer. Ja. Ja. Schima. Nee. Du kannst eigentlich weg. Du kannst weg. Ähm. 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 So. Nee. Okay. Da warte ich bis die Zinsen da sind. Weil dafür habe ich es ja gerade gemacht. Nacht. So. So. Oh. Oh. Okay. Hey. Hm. Hm. So. Boah. Was habe ich denn? Äh. Du hältst zwei. So viel. Eins. Zwei. 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 Schurima ist aus einer anderen Zeit. So. Okay. Damit habe ich mein Geh fischen. Aber damit habe ich nur vier auf dem Feld. Aua. Okay. Ich könnte zwar den setzen. Aber ich warte. Das ist eh der nächste Kampf. Okay. Ja. Okay. Ah, komm. So. Doch noch davon. Okay. Jetzt muss ich eh gucken. Nein. 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 Ach, dann nehme ich den und verkaufe den dann. Nein. Nein. Es gibt keinen, den ich bräuchte. Okay. Aber der hat wenig noch anderes Geschwindigkeit mit dabei. Okay. Okay. So. Du wirst vorne hin. Dann mache ich für dich die Kombination. ... 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 … ... ... ... Ah, klasse. Autsch. Mit der Effekt. Hm. Ich habe... Fünf Kreaturen. Du bist ein Shima. Shima. Ach, du bist ein Raufbold. Okay. Du bist kein Shima? Nee, du bist auch ein Raufbold. Okay. Oh, den einpacken soll, den zu überschätzen. Ich kann ja beides hier noch verändern. So, dich wollte ich ja verkaufen, weil du bringst mir ja nichts. Äh, Shima und Raufbold. Sie werden Schmerzen kennenlernen, die sie sich nie hätten vorstellen können. Du bist noch mal Raufbold. Ja. Ja. Mal. Noxianer finden stets den Winkernisch Fizz. Gucken. Okay. Du bleibst. Du gehst. Ah, du gehst. Ah, zwei davon. Diese. Stören. Okay. Nette Item Kombination. Aber das werde ich gleich wieder entfernen. Das kann ich nicht. Was kann man ja damit? Ehm... Ehm... Einer... So... Warte mal, was ist denn da? Alles klar! 800 Leben! Auch der da vorne... Okay... Hm... Habe ich die nun? Oh... Ja... Der steht da... Mh... Okay... Ah, der ging auf Schwitze... Wie steht man da? Mh... Mh... So... So... Okay... Du bist für die Raufbeute zuständig... Ehm... Und... Dich muss ich nach hinten packen... Und zwar nicht... Achso... Das war ja... Da... Du kriegst noch... Zauberabwehr... Ja... ... 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 Okay, so, damit habe ich wenigstens schon mal vier Raufbeute. So, dann probiere ich in der nächsten Runde. So, dann probiere ich in der nächsten Runde mein Strategen. So, dann probiere ich in der nächsten Runde mein Strategen. So, dann probiere ich in der nächsten Runde mein Strategen. So, dann probiere ich in der nächsten Runde mein Strategen. So, dann probiere ich in der nächsten Runde mein Strategen. Okay, dann probiere ich. Okay. 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 Ja, hoffe ich bleib da. Oh nein, Götterheim. Schade. Bist du denn ein Herausforderer? Und Enoch? Ne, das versuche ich jetzt nicht. So. Noch eine davon. Ironia ist noch nicht am Boden. Ironia, ja. Das habe ich auch schon mal probiert. Plünderin und Zaubermeister. Äh. Äh. Was? Äh. Schaman. Da habe ich ja mit letzten Runden einfach zu viel Pech gehabt. Äh. Was bist du? Noxianer finden stets den Weg an die Spitze. Schaman. Ne. Äh. Meisterschütze. Mh. 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 Es war immer gut. Mh. 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 das ist gemein in den kaos zählrunden du bist ein anrufer und ein verunterhauern nix runde du bist hier noch die zwar aber im moment habe ich nicht das gefunden was ich gerade brauche deswegen weil ich gerade auch hier aber das ist ja nicht so schlimm ich wollte lehre so ja da hat auch noch einmal jemand sein team umgestellt ja ouch okay so was bist du zauermeister du bist und nichts davon okay zauermeister und lehrer was das kriege ich doch unter einem hut okay so na na aua das macht nichts okay 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 yep so ja du bist ja du bist die einzige die erste mit die lehre ne du hast war nichts oh ja du hast das veröffentlicht du hast das zu So, achso, 150 Leben, ich mag das, naja, Schurke, so, oh, ganz knapp, ok, ok, ne, nada, Jo, wo gehst du hin, nach vorne, 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 halt, du gehst etwas weiter, so, so, genau, das ist das Gemeine, achso, und der macht das, die Angriffe runtergehen, ok, 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 das war, ne gute Kombination, so, und damit ist er jetzt Stufe 2, ok, das ist jetzt auch mal erstmal Stufe 2, ok, so, halt, du bist Schütze, du bist auch nichts, du bist auch nichts, du bist auch nichts, so weit und so weit, soo, nein, einmal noch, so, okay, ich werde wieder verlieren, okay, okay, der hat auch mehr Einheiten, na, das liegt manchmal auch da dran, okay, jup, so, du hättest ein Folge, ne, er haltet zufällig, ja, ja, machen sie, und heilen sie sich eher, okay, erst mal 5 Leute, hm, da, okay, okay, da, das ist jetzt zweite Stufe, so, so, ja, die kamen schon, die, blauen haben sie schon, ey, aber, irgendwie, ich noch nicht, ja, so, nächste Runde ist noch mein Kampf, äh, ja, einen brauche ich davon nur noch, jup, eine Stufe 3, ja, okay, dann gebe ich ihm die Kombination, okay, oh, okay, oh, da ist noch ne, leere, okay, 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 oh, Mist, der spielt auf Schurke, Aua, ja, Schurke ist schon gemein, so, genau, mh, 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 die besten Strappe, Tegel, mh, 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 jetzt fehlt mir nur noch Anrufsgespindlichkeit, so, so, hat nämlich einen Grund, weil dann habe ich vier mehr, hierher, mh, ja, okay, oh, ja, oh, der mit dem Geunel Schild links aber, gut auseinander, mh, okay, okay, halt, war es nichts, mh, mh, du bist leer, sag mal, 1,2,3, mh, rauh, okay, mmh, rauh, o, ky, rauh, Ah, der spielt auf Schütze. Ja, das merkt man. Auch Schützen sind aber auch ganz schön gemein. Okay. Ah, wo ist denn? Einmal noch. Ne. Schade. Okay. So. Angriffsgesch- Angriffsschaden. Ich bräuchte hier Angriffsgeschwindigkeit. So. Ah. Da. Der nächste Stufe 2. Ah, da. Ich vermisse die Dunkelheit der Leere. Das ist Nummer 5. 5. Oh. So. Ja. Jetzt fehlt mir genau nur noch. Aua Autsch Ne Das ist schon mal gut So Fünf leere Du machst den Angriff Und kriegst So Nein Ok No Ok Hm Hm Ok Hm Was sollte das eigentlich Recht Ah verloren Wieder Ich hab nur noch 16 Ok Den So Oh Ich kann nicht einfach verkaufen Hm Hm Ja 27 Ok So So Ich dürfte mir sowieso als erster was aussuchen Aber Hm Ich Ich verliere sie schon wieder Oh Oh bin sofort raus Verdammt Ok Leute Und Damit Endige Ich auch mein Video Ok Und den Stream natürlich Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ja lasst euch ein Like da Falls ihr Tipps und Tricks habt Ganz gerne in die Kommentare Falls Falls ihr mal live dabei sein wollt Äh Link in der Videobeschreibung Ja und Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Ruhig auch ein kostenloses Abo da lassen Und ich sage dann tschüss Bis zum nächsten Mal